Wie kann ich als Solistin eine Firma aufbauen? Unsere Fragen hierzu beantwortet heute Dagmar Rohde, die Gründerin von Rokoko Kompetenz in Kommunikation. Frau Rohde, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie heute hier sind. Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Ich war zwei Tage in Berlin. War traurig. Wetter war schön und habe früher in der Stadt gelebt, zwei Jahre. Direkt nach der Wende und freue mich sehr. Ja, schön. Dann tauchen wir mal direkt ein, denn Sie sind eine spannende Persönlichkeit. Sie haben sich vor sieben Jahren selbstständig gemacht, haben lange, lange als Führungsposition gearbeitet und dann hat gesagt, na ja, ich verlasse so ein wenig den sicheren Hafen des Angestelltsein und probiere mal was Neues. Wie ist es dazu gekommen? Ja, also ich war in einer Führungsposition in einem Softwareunternehmen und hatte das Gefühl, es geht jetzt dann nicht mehr so nach vorne vom Gestaltungswillen her. Also ich habe zwölf Mitarbeitende geführt, habe sehr viele Prozesse verändert, optimiert und bestimmte Techniken lernen und auch umsetzen dürfen. Und meine Kinder waren damals sehr klein. Ich war frisch getrennt und dann geschieden. Und ich hatte das Gefühl, A, könnte ich viel mehr bewegen, wenn ich alleine unterwegs bin. Ich bin alleine auch sehr, sehr gut, also als Solistin. Und zum anderen hatte ich das Gefühl, ich habe mehr Flexibilität, auch was die Kinderbetreuung angeht. Also den Tag anders zu strukturieren, mittags, nachmittags für die auch da zu sein und dennoch unabhängig Themen gestalten zu können. So kam es dazu, ja. Ein häufiges Motiv für Menschen, in die Selbstständigkeit zu gehen, ist es, eine berufliche Veränderung durchzuleben und vielleicht auch selber so ein bisschen Entscheidungen treffen zu können. Im Angestelltenverhältnis hat man natürlich auch bestimmte Flexibilität, aber es ist ja natürlich Rahmen gesetzt. Ist es aus Ihrer Sicht ein sehr guter Anreiz, in die Selbstständigkeit zu gehen? Ja, also der Gestaltungswille sollte vorhanden sein. Ich glaube schon, dass das für viele Menschen, Männer und Frauen, wirklich auch ein Punkt ist. Ich glaube, was manchmal so ein bisschen schiefläuft, ist, dass die Leute versuchen, sich mit plötzlich einem völlig neuen Thema, das ihnen völlig fachfremd eigentlich ist, Träume zu verwirklichen. Das kleine Café an der Ecke, vielleicht doch freie DJen werden und diverses andere. Und ich glaube, dass es am stärksten wird und auch den größten Moment hat, in der Aussicht auf Erfolg, wenn man etwas tut aus Kompetenz heraus. Also wenn man sagt, ich mache etwas, weil ich es sehr, sehr gut kann, dann kann ich den Markt besser sondieren. Ich verstehe auch besser, was machen die anderen links und rechts so und kann mich dann auch einordnen und mich dann auch spezialisieren. Frau Rode, Sie haben als alleinerziehende Mutter auch Ihr erstes Unternehmen aufgebaut. Welche speziellen Herausforderungen hatten Sie denn zusätzlich zu Ihrer persönlichen Lebenssituation? Es ist so, dass ich sehr starke Existenzangst hatte, denn ich wusste, meine Miete läuft weiter, ich muss meine Familie ernähren. Es ging also nicht nur um mich als Solo-Frau, die sich da selbstständig macht mit Notebook und Telefon, sondern es hat tatsächlich eine Rolle gespielt, dass ich finanzielle Sicherheit brauchte, obwohl ich keine hatte. Also ich hatte keine Rücklagen und hatte auch keine Fördergelder beantragt, weil meine Idee gar nicht so innovativ war. Das, was ich tue, Telefonakquise, Training, Kommunikation, das gibt es schon in der Welt. Und da hatte ich irgendwie nicht den Weg zu den Förderinstitutionen gefunden. Was auch eine Herausforderung war, ist, dass ich regional begrenzt gewesen bin. Durch die Kinder als Frau alleine ist man angebunden. Ich konnte nicht nach Berlin reisen oder nach Hannover oder mal zwei Tage irgendwie in Köln verbringen. Das heißt, ich musste um meinen Kirchturm herum Kunden finden und das ist eine Limitierung. Zusammen mit der finanziellen Limitierung war das gar nicht so ohne. Als Solo-Selbstständige fallen ja zusätzlich zu dem Kerngeschäft auch noch ganz, ganz viele andere Aufgaben an, die man lernen muss, die man bewältigen muss und die man auch im Best Case selbst erledigen muss. Ist es denn aus Ihrer Sicht eine gute Idee, sich einen Berater, eine Beraterin ins Haus zu holen, wenn ich wirklich vom Scratch ganz frisch starte? Ja, tatsächlich ja. Ich glaube, dass es da, wenn man kostenschonend das tun will, eine gute Idee ist, sich auf Messen zu bewegen, auf eine höheren Career zum Beispiel, weil man da viele Leute trifft, mit denen man sprechen kann über ihre berufliche Entwicklung, über Chancen, über Tipps. Natürlich ist das Internet auch eine gute Quelle. Das Problem ist häufig, dass Frauen oder auch Männer, die sich selbstständig machen, sich an jemanden wenden aus dem Freundes-Bekannten-Kreis. Diese Person jedoch ist nicht in dieser Situation, ist nicht in diesem Mindset und sieht dann sich eher in der Rolle, da kritisch zu hinterfragen, zu sagen, pass mal da auf, ach, das würde ich lieber nicht. Ach, meinst du wirklich, du bist da so gut? Also diese informellen Beraterinnen und Berater sind manchmal gar nicht so hilfreich und die professionellen Beraterinnen und Berater sind sehr teuer. Das ist tatsächlich oft ein Problem. Ich habe das Problem gelöst über Literatur. Ich habe sehr, sehr viel gelesen, auch zu diesen anderen Themen, die ich nicht so konnte. Und ich habe einfach von vornherein beschlossen, mir eine sehr gute Steuerberaterin zu besorgen. Gold wert. Denn da wusste ich von vornherein, das ist nicht meine Stärke und es wird gegebenenfalls Schwierigkeiten geben, schon allein energetisch beim Staat zu wissen, oh, wenn ich das jetzt mache, da kann ich was nicht so gut, hemmt einen an ein paar Stellen. Ansonsten kann ich sagen, ja, Beraterinnen und Berater holen, aber dazu sollte man sich wirklich überlegen, ein bisschen Geld auf die Seite zu tun. Die sind nämlich sehr teuer, wenn nicht Fördergeld gestützt. Da gibt es aber auch einige. Also es lohnt sich eine Recherche. Okay. Dann lassen Sie uns ein wenig eintauchen in die ersten Berufsjahre und auch in die Erfahrungen, die Sie gesammelt haben. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Voraussetzungen für Gründerinnen und für Gründer, die Sie befolgen sollten, bevor Sie sich selbstständig machen? Also der Schritt davor. So, tatsächlich einer der Schritte, die für mich ganz wichtig sind und die ich auch den Leuten, mit denen ich arbeite, sehr empfehle. Also ich coache ja durchaus Menschen, die sich solo selbstständig machen, bei ihrem Weg zum Beispiel in den Vertrieb. Viele wollen Empfehlungsmarketing machen. Online-Marketing, Social-Media-Marketing ist nicht meine Stärke, fließt aber da immer mit ein. Das bringen aber zum Beispiel Jüngere schon sehr, sehr gut selber oft mit. Ich finde es wichtig, dass die Leute einen Businessplan schreiben. Das klingt immer sehr oldschool. Das ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Finanzen. Auf dieser Homepage kann man den runterladen. Ich selbst habe drei Businesspläne geschrieben. Einmal wollte ich Sprecherin werden zum Beispiel, habe ich gedacht, das ist eine super Idee. Und beim Schreiben des Businessplans habe ich erkannt, oh, da gibt es ein paar Faktoren, die sind ganz weit weg von mir. Das würde ewig viel Arbeit und Zeitinvestitionen brauchen, um das wirklich erfolgreich fliegen zu lassen. Und das, was ich dann jetzt gemacht habe, nämlich das Thema Telefonakquise, Kaltakquise, Vertrieb, da habe ich gemerkt, ah, da kenne ich den Markt ganz gut, da kann ich mich bewegen. Also der Businessplan ist gut, um das eigene Konzept zu prüfen. Das Zweite, was ich immer empfehle, ist, bleib in dem Rahmen, wo du Kompetenz hast oder zumindest einen Schwerpunkt hast. Denn das ist sehr, sehr authentisch und klar zu kommunizieren. Die Menschen, mit denen man spricht, potenzielle Kunden zum Beispiel oder auch Geldgeberinnen und Geldgeber, hören einem zu und merken, oh, da ist aber schon Substanz, da weiß jemand Bescheid. Und das stärkt die Glaubwürdigkeit und da ist die Energie dann auch sehr gut für ein gutes Wachstum. Sie unterstützen GründerInnen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Können Sie uns einmal so ein bisschen teilhaben lassen, was für Formate bieten Sie an und wie schaut das aus? Dreierlei Themen im Grunde. Das eine ist, ich gebe aktiv Workshops für Gruppen. Das ist oft kostenoptimiert. Da sammle ich dann vier, fünf, sechs Personen auf einen Samstag und gebe denen mal so Input. Aus meiner Erfahrung sehr viel zum Thema Vertrieb, zum Thema Kommunikation, auch durchaus zum Thema Führung. Denn viele gründen ja mit erst mal alleine und dann sind sie zwei, drei und schwupps ist man zu zwölft und die ersten Themen tauchen auf. Das heißt, ich mache Workshops und sammle die so ein bisschen zusammen. Das andere ist, ich gebe Einzelcoachings, sowohl bei mir im Büro als auch, wenn jemand irgendwo vor Ort ist, in so einem Radius, den man ganz gut so abbilden kann. Einmal im Monat zum Beispiel für zwei Stunden. Das reicht absolut, um dann wieder eine Insel zu bilden, vier Wochen selbst rumzuwursteln oder zu arbeiten und dann wieder ein Input teilzubekommen für zwei, drei Stunden. Und das tue ich auch online, natürlich. Also Corona hat da sehr viel bewegt. Das heißt, ich bin auch in der Lage, einer Person, die in Rostock gründet, einfach einen Support zu geben, Input zu geben und eben diesen Mix aus meinem Know-how in Fachgebieten und meiner Erfahrung, weil ich es ja selbst gemacht habe. Und wie lange begleiten Sie normalerweise? Was ist der Prozess? Normalerweise sind das sechs Termine, zwei, drei Stunden für ein halbes Jahr. In diesem Zeitraum sind die Menschen, die gründen oft schon selbst, immer mehr in so Kreisen, mal bei der IHK, mal bei einer regionalen Wirtschaftsorganisation, bei den Wirtschaftsjunioren im jeweiligen Zentrum der Stadt irgendwo. Und ja, dann fügt sich so eins zum anderen. Das ist wie so eine Spirale, die alles anzieht und ins Zentrum bringt. Und da bin ich Teil davon. Oft ist es nach einem halben Jahr einfach schon mit ein paar Themen etabliert und gut. Und Sie kommen dann einfach ein Jahr später nochmal auf mich zu, eben zum Thema Führung, Konflikte, Teamorganisation, Meetingstruktur und so weiter. Ich habe angefangen, das mal ein Jahr lang zu machen. Und das hat sich als zu lang erwiesen, tatsächlich. Gut, man kann Sie wieder kontaktieren, wenn sich das Geschäft entwickelt. Sie selbst sind ja gar keine Einzelkämpferin mehr, sondern Sie beschäftigen zwei Mitarbeiterinnen. Wie hat sich denn die ganze Arbeitsweise dann für Sie auch verändert und entwickelt? Ja, also ich bin ja absichtlich gestartet als Solistin und wollte das auch gerne bleiben. Da aber sehr viele Aufträge gekommen sind, die ich selbst einfach nicht mehr abarbeiten konnte, musste ich Menschen einstellen, um auch nicht Kunden zu verlieren. Das ist eine Dynamik, die passiert da ganz oft. Plötzlich kriegt man einen großen Auftrag und man sagt, ups, kann ich gar nicht mehr alleine machen. Zumal man ja unternehmerische Tätigkeiten auch noch ausführt. Ich war dadurch in der Lage, mehr Strategie zu machen. Ein Format wie heute zum Beispiel für mich marketingseitig wahrzunehmen und überhaupt vorzudenken und durchzuplanen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich lernen musste, auch Tätigkeiten abzugeben. Doch kleine Prozesse zu schaffen, wie ein Handbuch. Wie machen wir hier was und wie möchte ich das gern? Aber auch natürlich eine totale Bereicherung. Ich habe Kolleginnen, die ich wirklich sehr mag. Und dieser Austausch, der ist total wertvoll, weil wirklich immer andere Menschen noch Dinge sehen, Ideen haben, Konzepte entwerfen können, die ich vielleicht gar nicht so in der Form leisten könnte. Und das ist toll. Schön, hört sich großartig an. Dann, Frau Rudel, bedanken wir uns ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Und wir wünschen Ihnen und Ihren Kundinnen noch ganz viele tolle, großartige Projekte. Vielen Dank. Danke Ihnen sehr.